500 Ytong-Steine mit beiden Ellenbogen in 40 Sekunden. Ich werde Sie dann gleich bitten, genau auf die Uhr zu schauen. Die Zeit läuft in dem Augenblick, wo er den ersten Schlag sozusagen angesetzt hat. Wir grüßen ihn zusammen und wünschen ihm viel Glück bei seinem Weltrekordversuch. Mohamed Talbi! Vielen Dank! Vielen Dank! Zehn Sekunden sind vorüber. Feuern Sie ihn ruhig an! 20 Sekunden vorüber! Unglaublich! 30 Sekunden! Mohamed Talbi! 500 Ytong-Steine in genau 30 Sekunden! dönen Sie sich zurückziehen! D